Ich verspreche es. Danke. Erika, du darfst nicht hier sein. Becken, sieh sie. Sie suchen nach dem... Sie haben die Leiche gefunden. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Wecken sie sie. Das ist zu gefährlich. Das ist ihre Therapie. Wir können sie nicht einfach wecken. Das braucht Zeit. Ich warte. Wenn ich die Schläuche entferne, kriegt sie einen Anfall. Aber ich kann ihr ein Benefrien geben. Es ist im Schrank. Ich muss es ihr ins Herz injizieren. Tobi! Lauf, Garty! Ich sollte nicht hier sein, aber ich kann Tobi nicht hier lassen. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Du bist jetzt ein Anfall. Du bist jetzt ein Anfaller. Du bist ein Anfaller. Tobi! Gott sei Dank. Geht's dir gut? War dir besser. Hast du auf dem Weg irgendwen gesehen? Eine Frau auf dem Korridor. Nein, da war nur der Polizist. Jemand hat ihn erschossen. Du solltest gehen. Ich kümmere mich um sie. Tobi, wir warten auf dich. Erika? Was ist passiert? Ich bin's. Bitte. Leg die Waffe weg. Was immer auch passiert sein mag, wir können das gerade biegen, okay? Versprochen. Sehr gut. Rede mit mir. Geben Sie mir das Medaillat. Erika, bitte. Das ergibt doch keinen Sinn. Du musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Ich denke, dass du krank bist. Lass mich dir helfen. Ich weiß von den Ritualen. Ich war da. Ich erinnere mich. Ich verstehe ja nicht. Rituale? Welche Rituale? Wovon redest du da bitte? Du bist gefährlich. Gefährlicher, als du glaubst. Mia Green ist tot, Erika. Das ist nur in deinem Kopf eine Fantasie. Erika. Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020